Okay, Leute, läuft ja bislang echt richtig gut eigentlich, aber jetzt gehen wir halt mit Piggy rein auf eine ziemlich, ziemlich große Map. Das ist jetzt halt nicht mehr so sick. Oh, ich hab jetzt schon Blutpunkte bekommen. Ich check nicht mal, für was ich Blutpunkte bekomme die ganze Zeit. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass ich hier eventuell ein großes Problem haben könnte. Deshalb mache ich eines auf Sneaky mal. Mache ich selten auf Pig, aber heute, heute ist die Zeit gekommen. Auch von einem Angler auch mal kommen. Ja! Genau wie geplant. Wo sind die Hooks? Hä? Warum ist da hinten kein Hook gewesen? Okay, ganz komisch, aber holy shit, let's go. Ich habe jetzt zwar keine Maske verpasst, aber das wird noch kommen. Was wird noch kommen? Ich wollte jetzt erstmal schnell Hooken und dann... Oh mein Gott, bitte Anhuck gleich. Das wäre gut. Schade. Okay, dann gehe ich Chen kicken erstmal. Die Chans werden jetzt gekickt. Wir müssen da auf jeden Fall sehr stark aufpassen, weil hier geht es ja auch noch weiter, wie es aussieht, ne? Oder? Da ist, glaube ich, noch wer gewesen hier. Oh, und es wurde unhooked. Okay. Stehe. Ist okay. Ist fine. Ist fine. Mal gucken, hast du off the record, weil sonst bist du am Arsch. Sonst bist du am Arsch. Tut mir leid, aber sonst bist du halt am Arsch. Ja, sie hat off the record. Ja. Ich hasse den Perk wirklich so sehr. Aber sie missplayt. Aber ich missplay. Off the record ist so dumm. Gib einem Perk einfach Effekte von 50 Perks. Ist cool. Ne, wirklich, finde ich geil. Ist eigentlich auch ein Banger, wirklich, ja. Juck dich gar nicht, ne? Ja, Bruder, es reicht wirklich schon. Es reicht wirklich schon. Dieses Buhn hört... Leon! Okay. Diesen Buhn verpiss dich jetzt mal. Ich hoffe, da ist noch keiner beim Pickuppen. Okay. Okay, dauerhaft ein bisschen Schiss haben. Das gehört dazu. Und jetzt... Gucke ich dich noch mal. Und warte, meine Maus! Nein! Meine Maus! Nein, das kann jetzt nicht sein. Das kann nicht jetzt sein. Das kann nicht jetzt sein. Das kann nicht jetzt sein. Meine Maus hat... Ja, warte hier. Ich bin eigentlich nett. Alles ist gut. Ha! Meine Maus hat genau jetzt verlobten. Gib mir eine Batterie! Ich bin nicht nett. Ich bin nicht nett, Tommy. Ich komme doch gleich zurück und töte mich. Warte. Oh, Mann! Bruder! Ey, das kann doch nicht... Ja, einziger Nachteil an der Wireless-Maus, ne? Einziger Nachteil an der Wireless-Maus. Mann! Boah, das ist so dumm. Das ist so dumm. Ey, ich... Ich hab grad 30 Sekunden verloren und einen Hook. 30 Sekunden und einen Hook und ich hab hier keinen guten... Mann! Ich muss jetzt rauscampen, sonst bin ich komplett in den Marsch. Ja, genau, das ist auch auf 0. Warte, da hab ich was gehört. Okay. Okay. Sorry, ich musste jetzt rauscampen. Ich hab... Ich hab doch das so viel Zeit verloren gerade. Okay. Hit ist drauf. Und jetzt... ...hab ich einen weniger, der herkommen könnte, um zu retten. Okay. Einfach nur weg. Einfach nur weg. Einfach nur weg hier. Es tut mir wirklich leid. Sie hat schön gewartet auf mich. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Och Mann, sie war so lieb und hat gewartet auf mich. Aber es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Aber so läuft's ja nicht. Oh fuck. Was soll ich jetzt machen? Ne, das... Die hielen sich hoch. Och Mann, das mit der Maus hat mich so zurückgeworfen. Fucking hell. Oh man. So dumm. Also so dumm hab ich, glaub ich, noch nie Zeit verloren in DVD. Wirklich noch nie. Ey, die müssten eigentlich alle auf der anderen Seite sein. Die müssten eigentlich wirklich alle auf der anderen Seite sein. Ich wüsste jedenfalls nicht, wie sie auf die andere gekommen sein sollten. War das deutsch? Ich weiß nicht. Die müssten hier sein. Safe. Ja. Ja, ist ein Bullen okay. Hat er gesehen, natürlich. Kann hier nicht chasen. Ich kann hier nicht chasen. Es bringt nichts. Ne, du bekommst mich da nicht hin. Kann ich nicht. Aber sind die wirklich auf die andere Seite zurück oder... Boah, ich weiß es nicht. Es wirkt halt zu, weil die sind irgendwie nirgends drüben. Aber das wär jetzt schon scheiße. Würde ich nicht fühlen. Würde ich nicht fühlen. Warte, was? Stecken die sich oder sind die wirklich bei dem Generator drüben? Ich brauch halt einen endlich mal wieder. Homies. Ja, da ist wer. Finally. Warte, wo bist du jetzt hin? Wo bist du jetzt hin? Bro! Ja. Da warst du ein bisschen zu greedy, Homie. Da warst du ein bisschen zu greedy. Das Ding ist, wenn du neben deinem Generator stirbst... ...dann sieht das eigentlich ganz gut aus für mich. Guter Fake. Aber zu greedy. Ich hab schon bemerkt, Homie, dass du ein bisschen greedy bist. Ich hab's leider schon bemerkt. Zu greedy dürft ihr nicht sein. Zu greedy dürft ihr halt nicht sein. Also, das war wirklich ein bisschen zu hart. Und jetzt schnell 10 kicken. Und wahrscheinlich wird der oben dann fertig. Das wird ein bisschen painful. Bitte, kick doch. Bruder. Ey, das Ding ist halt... Ich muss was probieren. Ich muss was probieren jetzt. Shit, hab mich gesehen. Sprint Burst weg. Ich kick den Chen. Und Nia ist die Einzige, die jetzt retten gehen könnte. Ja, der läuft eh... Der läuft eh komplett woanders hin. Das juckt ja gar nicht. Nia! Sprint Burst du! Aber Sprint Burst du musst man besser nutzen als du. Okay, komm. Die Frage ist jetzt, läufst du direkt zum Anhuck oder wo läufst du hin? Lian muss anhucken. Sie macht das nicht. Ja. Okay, dafür gehe ich sogar weg von den Chants. Dafür gehe ich sogar weg von den Chants. Ich fühle mich schon zu Asi. Ich weiß, es wäre smarter, wenn ich einfach drüben bleiben würde, aber... Es wäre smarter gewesen, drüben zu bleiben, aber wirklich, ich will mich nicht weiter schlecht fühlen hier. Ich habe heute in der Session schon so viel... Aber wirklich... Boah. Ich habe schon so viel asoziale Scheiße hier zusammengespielt. Das ist... Da muss ich mich ein bisschen zurückhören. Aber wie schnell gehealt! Bruder! Ruhig bleiben! Aber ich habe zwei Masks drauf. Jetzt wäre Lian zu downen noch schön, aber Elodie würde ich auch annehmen, einfach weil sie dann Second-Hook-Stage wäre. Würde ich annehmen. Sie sind safe beim Generator drüben gerade am Machen. Ich weiß nicht, ob ich mich ernst nicken sollte. Das erwarten sie wahrscheinlich schon wieder. Aber ich mache es mal. Ja, haben sie erwartet, safe call. Okay. Hm. Jetzt ist die Frage, wo seid ihr? Warte, macht ihr die Masken vielleicht? Das könnte ich mir vorstellen. Bruder! Ich gehe zu den Masken. Ich gamble jetzt einfach drauf, dass sie drauf geht, die Maske runterzunehmen. Ich gamble drauf. Das ist mein Gambling-Moment. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. 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 So gut. So gut. So gut. So gut. Drop die Palette. Ja. Ist okay. Zu greedy. Hey, sie hört aber auch nicht auf, greedy zu sein, oder? Also what the fuck? Sie muss es doch langsam mal lernen. Like Homie. Ja, Sprint Burst weg. Das müssen Mates sein, weil so viele Sprint Bursts sieht man halt sehr, sehr selten. Boah, da war auch noch eine Palette. Ich muss echt mehr Paletten hier kicken, ey. Ich habe hier ja gar keine noch gekickt. Okay. Zu greedy. Check es doch. Junge. Wirklich, Bruder. Check es doch mal. Es funktioniert nicht so. Bitte verstehe es doch. Mann. Du arme. Ja, Generator oben wird fertig. Generator oben wird safe gold fertig. Würde mich alles wundern, wenn ich... Warte. Nicht? Das Ding ist, ich gehe safe nicht in die andere Hälfte rüber. Würde mir ja gar keinen Mehrwert bringen. Der ist noch... Wow! Ihr spielt das richtig... Also wenn das eine Swifu Friends Group ist, dann spielt die das richtig scheiße. Nur Front, aber... Es ist halt so. Ja, haben sie runtergeholt. Okay. Ich gehe sogar so rüber jetzt. Ich sneak mich ganz rüber. Erwarten sie nochmal was nicht. Würde mich sehr wundern, wenn sie das erwarten. Ah, schade. Ich mache LOD raus. Sie ist so greedy. Sie ist so ein leichtes Opfer halt. Es tut mir wirklich leid, aber du bist wirklich so ein leichtes Opfer. Du bist wirklich so ein leichtes Opfer. Oh, hier hat sie halt noch ein paar Paletten. Ja, Upfield Robben ist smart. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. No, Front, aber sie ist zu greedy. Sie ist zu greedy. Sie war ein zu leichtes Opfer für mich. In so einer Situation darf man nicht so greedy sein. Da hat sie Sprint Burst auch falsch geused, finde ich. Aber, okay. Ist gut für... Oh, der Generator ist diesmal endlich wirklich fertig, ne? Oder willst du wieder weg Sprint Bursten? Oh, oder... Kann ich hier sein? Oh! Räudiger. Wow, er slowdown sich selbst mit dem Drop-Off. Hä? Das war so Lust. Oh mein Gott, würde ich nicht gegen solche Lusten spielen. Oh, ich dachte vielleicht, er will einen Volt nehmen, aber nee. Okay. Bruder, warum so greedy alle hier? Was seid ihr denn für Leute? Ihr könnt nicht alles greeden. Ja, sie sind zu greedy. Ich sag's immer wieder. Viel zu greedy, was hier abgeht. Ja. Der Greed ist... Ja, okay. Ein Wachfeld-Swing von mir. Hätte ich sonst gehabt. Ja, hab ich. Okay. Ja, hätte ich vorher swingen müssen. Hätte ich erwarten müssen. Also, da stehen bleibt bei seinen Greeds. Okay. Sehr, sehr gut. Sag, wir nehmen dich. Und dann puttern wir dich auf diesen Hook. Ja, und dann ist nur noch Nia übrig. Und keine Ahnung, wo sie ist. Keine Ahnung, wo sie ist, aber die Runde läuft gerade... Nia, das war nicht so smart. Das war nicht so smart. Wenn ich sie jetzt entdecke, dann hab ich halt wieder einen Vorkehr garantiert. Es ist halt lost gewesen. Aber sie hat sich wahrscheinlich eh irgendwo lang gesneakt, oder? Ich könnte erwarten, dass sie hier vielleicht irgendwo in einem Locker oder so sitzt. Hm, okay. Nee, doch nicht. Oh, okay. Jetzt, ich hab mir vorbeigesneakt. Äh, Leon hat eh große Probleme schon. Er darf das gerne mal weiter angehen. Nia. Ja, schöne Connection hier. Okay. Bruder, der Spin hat mich echt ein bisschen verwirrt. Ein bisschen sehr verwirrt. Was, wo? Hat die Lucky Break? Was? Bro. Bro. Die hat Lucky Break, oder? Nee. Nee, hä, was? Was? Ich bin komplett verwirrt. Aber I don't care. Wenn Leon die Hedge bekommt, dann ist das okay. Like, why not? Ich bin mit einem Free K zufrieden. Aber warum die Scene? Hä? Hä? Das hat ja gar keinen Sinn gemacht. Brody. Sackenhit bekommst du noch. Ja, bekommen noch, oder? Ja, hab ich bekommen. Let's go. Ja? Hä? Wieder geil? Obwohl es ein M1-Killer ist. Obwohl? Ey, warum gönnen die M1-Killer gerade so? Oh. Nee. Ich vertippe mich hier immer. Drei Sprint Bursts. Ah, Lightweight. Ah, und dann hat sie halt gecroucht mit Urban Invasion. Hm, okay, 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 okay. Interessant, würde ich mal sagen. Aber ganz, ganz weird rund irgendwie. Und eine Frage an euch, Leute. Bin ich zu überbelichtet? Oder würdet ihr sagen, es passt so? Weil ich bin mir immer ein bisschen unsicher noch. I don't know. Ich bin generell bei der Belichtungssache noch nicht so ganz im Spiel. Also, mal gucken. Ich werde die heutige Session auf jeden Fall noch so aufnehmen. Aber mal gucken, ob es so bleibt mit der Belichtung. Oder ob ich ein bisschen runtergehe, ein bisschen Farbton verändere. Das ist halt alles noch eine Testungsphase hier mit DVD und allem. Deshalb wundert euch nicht, wenn es sich in nächster Zeit noch oft verändert, wie ich aussehe, wie mein Mikro klingt und so weiter und so fort. Aber wie immer wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Tag, Leute. Und ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017